Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Diluvian Ultra. Ich habe gerade noch mal ein bisschen was gemacht. Also ich habe mir erstmal die Folgen angehört, also die Folge so ein bisschen durchgeskippt und es scheint von der Qualität, vom Ton her und von der Lautstärke her gut zu sein. Das zweite ist, ich habe meinen Ventilator jetzt an, aber ihr dürftet das nicht hören, weil ich ja gerade eine Testaufnahme gemacht habe mit dem Ventilator und den hat man da auch nicht gehört. Also scheint das wohl ganz gut zu sein. Ich habe übrigens einen Geheimtipp an euch, falls ihr auch aufnehmt, einen Ventilator habt und ein Standmikrofon, wo ihr keinen Popschutz oder so habt, dann macht einfach eine Socke drüber. Ich habe auch über mein Mikrofon eine Socke, damit man die Windgeräusche nicht hört und das ist eigentlich, also das ist wirklich gut, weil man hört ihn nicht. Das funktioniert super. So, zweite Folge, wir sind hier in Sacrista Attila. Ich habe mich jetzt nicht gehört, heute auf Cancel zu drücken, deswegen habe ich gerade das Spiel im Hintergrund auf stumm. Wir gehen da jetzt rein und gucken mal, was passiert und wo wir da landen. Okay, das ist definitiv nicht das Level von gerade eben. Aber ist das der Raum? Okay, jemand wartet auf uns. Wahrscheinlich stimmt er gerade. Es ist zu ruhig. Squires, das ist glaube ich aus wie Diener, oder? Das sieht aber sehr trippy aus. Ich wollte gerade sagen, sah das hier nicht gerade eben anders aus, oder nicht? Das ist ja ganz merkwürdig, kann ich hier was suchen auch nicht, ne? Okay, gehen wir weiter, hier haben wir eine Riesenkristalle. Ah, okay, dann macht das Ding auf. Es sah so aus, als würde er explodieren, aber tut es nicht. Es gibt also auch Sachen, die man aktivieren muss, damit eine bestimmte Sache dann aufgehen oder so. Was ist das Nest von dem, welcher Bahn tut so etwas? Es sind alle tot, meine Diener, meine Freunde. Nein. Was hat er denn gemacht? Zeige dich. Ich werde deine Knochen zermalmen. Und dein Gehirn trinken. Sehr egal. Helfe, Geld. Wollte ich dir für Leben kaputt machen, oder war das gar zuvoll? Das war zuvoll. Die Dinge eigentlich kaputt, ne? Ah, nee, das war auch mal wieder lebend. Dann. Na gut, Leben sind wir jetzt komplett voll. Da oben ist eine Waffe. Ah, wir haben die Waffe behalten. Ich hab nicht, dass ich hier oben aufgehoben hab, war die andere. Dann Waffe sagt, ja, ich komm da hin. Und ich wüsste, wie hier, wie war denn, ne? Okay, man kann sich in einer... Was ist eine andere Waffe? Esquire, you survived, you sweet beautiful creature. Esquire sind also irgendwelche Flugviecher, die ich als Waffe nehmen können. Äh, bist jung, aber ich brauch deine Hilfe. Fliege an meiner Seite, wenn die Zeit gekommen ist, brüte und erstelle ein Nest für dich. Achso, ein Instinkt ruft dich weg. Keine Ahnung. Äh, the pact is made. Der Pakt ist gemacht. Ich bin dein Ritter und du... Ah, Squire ist das... Ich nicht? Oder so? Oder Untergebener, oder? Ich denke, ich werde dich bellern. Fröhliche Geräusche. Vielleicht haben wir es noch mehr Untergebener geschafft zu flüchten. Wir müssen sie finden. Wir müssen sie finden. Und hoffen, dass wir ihre Liste reparieren können. Oder wieder aufbauen können. Aber wenn ich dir sage, rufe nach ihr und ich werde den Rest machen. Veröliche Geräusche. Gut, also wir müssen... Ja, das hab ich schon verstanden. Wir müssen ähm, jetzt weitere von denen suchen. Anscheinend. Das ist jetzt hier wohl nur Aufgang. Wir kriegen Blutpunkte, ich weiß aber noch nicht. Ah, das sind über dem Lebensbalken diese Gliedern und Punkte. Und wenn die voll sind, kriegt man wahrscheinlich rechts neben dem Lebensbalken diesen... Diamant Ding? Fokuspunkte, wann das glaub ich hießen die? Ich weiß grad noch nicht so ganz, was ich machen soll. Wo geht's hier weiter? Hab ich was übersehen, wir müssen hier rein. Open Air 2, wir müssen wieder irgendwas finden. Nein, hätte ich jetzt gedacht, dass die da sind. Weil er vorhin da so hochgeguckt hat zu denen. Ähm, ähm, ähm... Ich hab doch hier bestimmt irgendwas übersehen. Oder man kann irgendwo hoch... Man kann zwei hier hoch, aber... Das ist Müll von zwei. Ich muss niesen. Ich weiße Katzenhaare. Überall. Oh! Die hab ich, weiß ich. Au, au, au. Au, was geht denn jetzt ab? Wo bin ich? Was bitte? Was? Mann. ah, da braucht der Nummer zum Nachdenkisschen. Das stimmt nicht viel aus. Autonome Maschinen. Das Eilen kann ganze Armeekroppen machen, wenn die nicht richtig liegen kann, oder wenn die so schnell sind oder so, oder so klein, dann trifft sie nicht. Ah, ja, ja, ich hab schon verstanden, aber ach, da kommen wir dann da rein, ok, dass ich ein Open Elves wäre, weil das von innen aufmachen muss, ok, verstehe, ja, oder auch nicht, weil da kein Boden ist, aber das ist ein Herz, das Herz ist noch intakt, es schlägt noch. Ich hab mich kaputt machen, das 2D Herz, ah, das war ich in letzter Folge, also mitdrehenden Sprites, damit es halt so 3D mäßig aussieht, das hat man da mal zu gemacht. Ah, ok, das, also diese Lieder und Kugeln, da ist ein Wegpunkt, ah, das wird aber Fokus kosten. Fokuspunkte kriegt man auch erstmal so 5000 gefühlt von diesen Lieder und Kugeln gesammelt haben. Da kann man die auch an sich finden. Vielleicht kann man diese Fokuspunkte finden, aber auch mit diesen Lieder und Kugeln. dann mal erhöhen. Ja, ok, so sehen die aus, sage ich, die dann in Kapseln. 25 Blutpunkte brauchen wir für einen solchen Teil, das ist schon viel. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Das sieht aber auch so wieder aus, ne. Gut, übersehe ich wieder, aber wir haben doch bestimmt wieder irgendwas zum, ne. Oh, bitte, Squire Gun hat der größte Sohn passiert. Ach, da kann man auch Sachen upgraden. Stand da wahrscheinlich in den Sachen, aber ich hab's nicht gesehen. So, Blutschwert, Squire Gun, Chain Gun, Iron Impaler. Die haben wir noch gar nicht gefunden, die beiden. Hier wollte ich ein Guide. Do you wish to buy this upgrade? Oh, muss ich auch nicht. Mit dem nur Fokus, ok, dann kann ich hier. Das ist geil. Release better to have a guide your way. Ah, ok, ich kann dann auch tatsächlich so als, ähm, Gefährten nutzen. Wenn ich das nochmal benutze, mit der echten Maustaste z.B. Nochmal rechte Maustaste, dann kommt da wieder zurück. Ok. Ich muss das ausprobieren. Ich muss ja jetzt da lang. Gut, das geht nicht. Ich muss mich vielleicht nachladen machen. Ich verkaufte Maustaste, was da passiert. Und ich halte euch die Maustaste, was da passiert auch nicht. Wahrscheinlich nur in gewissen, gewissen Situationen. Mann, die verhalten mich. Sind die Immunen dagegen? Weißt du, mit dem Schwert? Mit dem Schwert mach ich doch nicht so viel mehr Schaden, dass ich die mit einem Hit töten kann. Aber wenn ich mit dieser Squire gar nicht mehr drauf schieße, brauche ich gefühlt 10.000 Schuss. Das ist ja... Wieso jetzt? Da muss man... Wird wieder irgendwo anders aufgehen. Das auch. Wahrscheinlich wird auch gar nicht aufgehen. Das ist vielleicht einfach nur Deko. Weißt du schon. Gut, die kann man wahrscheinlich gut nutzen, wenn Gegner da sind. Dann lockt man die einfach da rein und dann sterben, ne? Oder keinen Schaden zu nehmen ist. Hö! Ich wollte gerade einfach nur linksklick da drauf mal um zu gucken, was passiert. Aber dann stand da was und so schnell wieder weg. Das ist halt so ein bisschen das Problem, finde ich, an dem Spiel. Die meisten Sachen gehen so schnell wieder weg. Das kann man einfach gar nicht lesen. Was? Oh, öfter strike the turning fork. Ja, aber da stand ja noch irgendwas, was es macht. Glaube ich. Weiß nicht, ist gut. Hört ja gleich. Au! Können die hier reinkommen? Oder bleiben die da jetzt und warten, bis ich hier um die Ecke komme. Bleibt da an Warten. Ich dachte, die KI ist so, dass sie versucht, mir zu folgen. Ich mach das mal lieber kaputt. Ich weiß nicht, ob es uns trifft. Es trifft uns. Okay, auch nicht schlecht. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Oh mein Gott. Das sind viele Fokuspunkte. Das sind viele Fokuspunkte. 25 Blut. Wir sind ein Fokuspunkt. Kommt die denn noch einmal her? Ne. Ich nehme mal das mit. Das war noch nicht ein Fokuspunkt. Das waren drei. Das sind fünf? Ne, das sind... Ach, Blutpunkte. Ähm, ist das der selbe Tipp wie immer? Was nehmen wir noch mit? Das ist wahrscheinlich... Also, diese Fokuspunkte sind dann wahrscheinlich nur für... Waffen Upgraden, oder? Wir werden es zu Hause finden. Ähm... Okay. Die halten schon... mehr aus. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ja, ich hab recht die gute falschen Waffe gedrückt. Das, äh... Hab ich es auch gesehen. Okay. Jetzt hab ich es auch bemerkt. Entschuldigung. Ähm... So. Was braucht das denn? Zwei. Wir haben vier Fokuspunkte. Wir könnten jetzt bei der Waffe hier auch... Damage erhöhen. Aber... Um das nochmal eben kurz zu sagen... Diese Waffe, die Squire Gun, sieht mehr aus wie die Chaingun hier. Wenn man sie in der Hand hat. Als wie das Modell wirklich aussieht. Wenn man sie in der Hand hat. Na also, das sieht nicht so aus. Das sieht eher aus wie das hier. Deswegen hab ich es verwechselt. So. 20% Damage. Seinmal ein Faster Fire Rage. Um zu meinem Schaden zu entdecken. Double Damage. Stunning. Können wir auch nehmen. Dafür haben wir nicht genug Punkte. Aber das wäre... Cooldown, Dealer, After Fire Rage. Okay. Ich werde damit schneller schießen. Aber nutze ich diese? Ich glaube ich nutze die Chaingun. Können wir uns damit heilen. Ah ne, wir können nur mit Twistung. Okay. Weißt du was? Nehme ich. Oh, warum mach ich nicht. Das andere kostet 4. Okay, hier können wir keine Waffen kaufen. Wir müssen die erst finden. Was ist hier? Okay, damit können wir parieren oder halt die Dinger reflekten. Also, ne. Zeug schießen quasi. Wenn es ein Schuss auf uns kommt, dann... ein leichtes Klick und dann fliegt es wieder weg. Abschirmen oder wie das heißt. Man könnte echt denken, dass ich kein Deutsch kann. Obwohl ich es eigentlich... kann, weil das meine Muttersprache ist. Aber irgendwie... Ich... Ich hab's nicht so mit Worten. Stirb. Oh, das sind... Okay, ich muss ja merken. Was sind die, die diese fetten Explosionen machen? Das ist schon die Sterne. Aber was hat das nochmal? So, was ist das? Ah, schön, dass wir jetzt Double Damage hatten. Na, ich sag mal Prolog oder was das war. Das hatten wir das ja auch schon. Find the Yellow Key. Ah, du bist... Ah, warte mal, steht das da jetzt? Ah, das stand einfach nur, dass wir die mit F oder mit Linksklick äh... benutzen können. Okay. Also bei egal welchen Flugviechern wäre es glaube ich... Ah, bei dem besonders wäre es ganz gut. Oh shit, ich bin fast tot. Wo ist hier denn? Äh, dass man halt einfach direkt wegläuft. Warum stirbt der denn nicht? Als ob das Schwert so viel stärker ist. Da werden wir echt ein Problem gerade, ne? Okay, wir können nicht wirklich heilen, das macht wirklich nur die Rüstung. Das ist, äh, ja, nicht zu können. Vielleicht... Ich weiß... Hier geht's gut. Ich darf mich jetzt halt nicht helfen lassen, dass das Problem haben, wenn so viele Gegner... Aber irgendwie hat er nicht wirklich... gute... Treffergenauigkeit. So, sind die jetzt tot? Kann ich jetzt wenigstens leben oder so? Oh, das verschwindet voll schnell. Ist natürlich nicht gut. Oh, mal voll... Ja, ich brauche Leben. Okay, wir haben keine... Bio-Munition mehr. Oh, okay. Oh, nee! Ich muss hier einmal ganz kurz durchlaufen. Leben. Ah, hallo! Ja, ich komme aber mit dem Schwert nicht dran. Aber... Okay. Ich weiß, ob der uns ignoriert, wenn wir da ne... Schallen sind. Aus einem Wegpunkt. Wie kann ich denn jetzt anrufen? Ich will den damit anrufen. Okay, das scheint, glaube ich, fehlschuldig zu sein. Alter, alles, was wir gerade eingesammelt haben, ist das einfach wieder weg. Anleben. Was ist das? Ah, noch mehr Bio-Munition. Okay, wir müssen da hoch. Wären wir jetzt getroffen worden, wäre ich schon eh tot gewesen. Also von daher... War das so schon ganz gut so... Doppelsprungen. Irgendwie versuchen, hier zu landen. Nein! Warte, warte, da ist doch irgendwas, oder? Ja, das sind diese... Blutpunkte. Das ist aber echt nicht leicht, auf so ein Mini-Ding... ...zulanden. Okay. Wo jetzt? Ah! Okay, okay. Warte. Das war knapp. Geheim... Geheimweg? Oh, stimmt. Es könnte ja auch hier Geheimgänge geben. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre nur irgendwo irgendwas Geheimes. Was? Ach, shit. Das war knapp. Alter. Ich würde mich doch verarschen. Warte mal, das ist auch was. Ist das eine Abkürzung? Können wir hier irgendwie... ... abkürzen? ... ... ... ... ... Boah, Alter, hat das lang gedauert. Diese Luftsteuerung ist wirklich echt schwierig, weil manchmal dascht ja so komisch nach vorne, also man macht so einen schnellen kurzen Schritt nach vorne und dann verpeilst du das hier komplett und manchmal bleibt er in der Luft stehen oder so, also ja, das liegt wahrscheinlich am Spiel, aber es ist halt wirklich echt schwierig da hochzukommen. Gut, habe ich jetzt eine ganze Zeit lang gemacht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Für euch habe ich das Ganze gecuttet. Wir waren hier irgendwie. Jetzt habe ich ja wieder zwei Punkte, also zwei Fokuspunkte. Und da ich eh öfters mit dem Schwert, ach nee, wir brauchen vier, dann können wir nichts machen. Stimmt, wir brauchen vier. Boah, das ist gerade so komisch geblieben. So, von wo kamen wir? Ich weiß es nicht mehr. Wissen wir hier, ne? Ah, gelber Schlüssel. Ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wir müssen hier. Wir müssen mal im Kreis gelaufen. Wir müssen hier nach dahinter. Da muss ich noch so einen Weg rein. Genau, hier war das. Genau, und den haben wir vorher aktiviert und hier wollte ich noch nicht lang. Aber ich höre doch Gegner irgendwo. Oh stimmt, wir haben ja noch die Minus. Jo. So, Bio-Ammor. Ähm. Ach nee, nicht schon wieder eine Silaterne. Aber. Komm mal. Ist er kaputt? Okay, er ist kaputt. Ah, ich sehe dich doch da unten. Okay. Wo ist er? Ist er kaputt gegangen? Ich kann diese Geräusche, die aus dem Neuro frisst. Das ist, ah, das ist gut. Okay. Ähm. Ich schaffe das doch nicht darüber, oder? Okay. Das ist gut. Ich will das nicht schon wieder, so wie gerade eben, dass das... Ist das da unten drunter fall? Oh shit. Okay, was ist der Unter? Das ist nicht hierhin. I don't take damage from another poison. Okay. Äh, ja. Aber von allem anderen... Die Sachen habe ich genommen, da war sonst nichts mehr. Ich wäre jetzt echt doof, wenn ich da nochmal hin müsste, weil ich was verpasste. Ah, nee, jetzt kommt der von der Richtung. Na, das war nicht richtig. Okay, der ist kaputt. ich bin ich muss ja echt aufpassen warte mal war ich jetzt hier schon? Ah ich keine Monie mehr, das ist ja lustig jetzt oh die kann ich ohne Munition nutzen ok, das wusste ich gerade da hätte ich noch einmal, ich habe noch schon gesehen dafür ist sie auch so ungenau, ok das macht Sinn nein, 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 nein ok, und die kann überhitzen anschein müssen die denn nur irgendwie treffen so so können hier unten rumlaufen ohne Probleme einfach leben ein bisschen Zeit haben wir ja, da ist was zu machen ah ja, das ist ja wunderbar das sind dann auch Gegner, ich denke mal die habe ich jetzt gerade damit geträgt oh, wir haben die Lava weggemacht finden wir jetzt hier mal irgendwelche Sachen? oh, ne, danke oh, ne, danke oh, ne, danke oh, ne oh, ne oh, ne oh, ne oh, ne oh, ne so, ne so, ne so, ne streuung einfach ok, wir können da hoch wir können aber auch hier runter äh ich denke mal, wir gehen hier runter weil da glitzert auch sowas schönes also würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge wir sind jetzt bei 31 Minuten ihr seid irgendwie gekürzt weil ich da diesen Jump'n'Run-Part den lasse ich natürlich nicht komplett drin und dann sehen wir uns bei der dritten Folge von Diluvian Ultra hieß es auch so, ne da sehe ich das genau da Diluvian Ultra ja und tja bis zur nächsten Folge und tschüss